So, hier sind wir in Hamburg. Mosini zum Abendessen. Man sollte sich hier ein Fenster... Film doch mal das Essen in Mosini, dann kannst du die Leute davon überzeugen, dass in Mosini auch mal gehen zum Essen. Ja? Du solltest den Leuten sagen, dass sie sehr süß gehen. Meine Leute gehen ins Mosini. Ja, aber... Das ist sehr gut gerät. Schön mit der Schinken. Wunderbar. Das ist auch der Teure. Die Preise waren schon... Das ist der Anerkennung. Hundert Anerkennung. Ein Kilo. Hundert Anerkennung. Ja. Das machen wir bei uns. Ja.